Die Sehleistung nach einem Linsenaustausch oder einer grauen Stauoperation sollte bereits wesentlich besser am nächsten Tag sein. Das hängt natürlich auch von dem Zustand ihrer Hornhaut ab und von der Linse wie die positioniert ist. Diese steigt aber normalerweise sehr rasant an. Es kann natürlich auch sein, dass diese sich ein bisschen verzögert und einige Tage bis einige Wochen dauert. Sie kommen regelmäßig zu unseren Kontrollen und dann würden wir mit Ihnen alles ganz genau besprechen.